Können wir jetzt direkt zum Goldverkauf fahren, oder hat jemand ein Haus, wo wir das einlagern können? Ich habe ein Haus in der Zierer, aber das ist zu nah dran, sag ich. Ich fahr den Ifrit. Okay, wir können hier auf jeden Fall noch nicht rausfahren, wenn wir unter offenem Beschuss sind. Der Ifrit muss erstmal vorfahren, ein bisschen Randale machen, ablenken, dann komm ich rausgeschossen. Ich fahr vor. Wir haben eine schöne Zeit mit euch. Wir sind echt Kanonen von dir da hinten raus. Es war mir eine Ehre, Achmed. Ja, von mir auch. Pass auf meine Züge auf, falls du überlebst. Eingang ist bald. Ich grüße deine Jungfrauen. Okay, YOLO. Boah, das ist ja voll das Auto. Hier unten. Lässt sich gar nicht mehr fahren, Bro. Okay, wir haben das Geld an Bord. Welchen Ausgang nehmen wir? Guck mal, ob der Nagelbänder liegen. Wo wurde der deutsche Platter aus? Und dann fahr mal zum R-Field rüber. Ja. Das ist nicht sein Ernst, oder? Nice. Okay, ich geb euch eine Schussposition. Oh, merk ich gar nicht. Schüsse frei, Leute. Schüsse frei, Leute. Schüsse frei, Leute. Schüsse frei, da ist auch ein Korb, Bro. Schieß auf ihn. Fuck. Fuck, man. Den einen Bruder hat's erwischt. Fuck. Fuck, man. Das stinkende Hellkält, Alter. Leute, vielen Dank fürs Zuschalten. Ich hab leider gerade keine Sekunde Zeit. Hier geht's grad hart zur Sache. Hut, Leute, anís. Fertig. Zeit. Gott, Mann. Nichts. Wartierer. Werst, T-T-T. Wartierer. Werst, T-T. Wartierer. Wartierer. Zäh. Böbel. Fertig. Schüsse frei. Man. Ich fahr, Bro, die Kiste gibt nicht mehr her, die ist scheiße. Fahr, Kreider, alle Kinder aus, danke. What the fuck? Get him out, get him out. Get him out. Ist er sicher gerade, dass da mit dem gepanzerten Auto ein farmedes Fahrzeug hätte ich? Hey Digga, da hat man so eine übertrieben geile Verfolgungsjagd am Start. Und da kommt so eine Folge.